Die sind nicht schlecht, die sind nicht schlecht. Hab einen, hab einen. Ich brauch keine Hilfe, was ist Hilfe? Hab den einen. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Oh, oh, oh. Habt ihr Fahrer? Stark, Jungs. Wichtig. Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Warzone-Video. Und packt eure RPK weg und spielt die Sakin. Ihr werdet es heute im Video merken. Ich zeige euch schnell die Klasse. Das ist so nice. Hinten kein Griff und Schaft, das braucht ihr nicht. Ich zeige euch kurz einmal die Tunings, wie ich das Ganze gebaut habe. Und ihr werdet es im Gameplay sehen. Auch gerne mal hier nochmal ein Clip einblenden, wie krass die einfach ist auf Range auch. Beziehungsweise mit Range sowieso alles komplett weglasert, auch gar keinen Rückschuss hat. Ich hab den Berg nicht einmal gesehen, warte mal. Und ein Crank am Wasser, One-Shot-Down. Leute, bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die Sakin schon mal getestet habt. Und generell auch gerade mal andere Waffen spielt, die jetzt nicht gerade RPK und Fenix sind. Bis Season 2 ist es nicht mehr weit. Und wir können gerade nochmal richtig schön auch, vor allem in Solo-Duo, aber mit der hier auch gerne in Trio und Quads, einfach mal andere Sachen testen, die auch sehr, sehr krasse Time-to-Kill haben und sehr gut abgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Runden. Testet gerne mal neue Sachen, auch bis Season 2. Wir müssen unbedingt jetzt die letzte Woche noch rumkriegen. Und dann wird hoffentlich alles besser. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vergesst nicht gerade bis zu 40% mit Code-Aim-Brot bei Level Up. Checkt das gerne in der Beschreibung ab. Ihr habt ja im letzten Video auch schon Bescheid bekommen. Geht noch bis Sonntag. Jetzt ganz viel Spaß, Leute. Und let's go. Oh, hier wird Knacker gemacht. Ein Knacki? Okay. Da schau ich doch gerne mal rein. Oh, viel schlimmer sind die, die nicht mehr gehen. Oh ja, das ist ganz schlimm, wenn du Gastgeber bist, ne? Ah ja. Haben sie gut gemacht wieder. You're OnlyFans Manager. Ja, dann muss ich auch kurz los. Und eins. Ich brauch die Dreierweste. Stopp. Eins. Wo ist gar nicht der APK? Wo war der jetzt? Ich durfte einfach nicht schießen. Da oben im Fenster war einer. Muss ich auch mal googeln. Ah, er ist hier. Zwischen meinem Wallhack gesehen. Top. Ey, du Muggel da oben, ne? Du gehst richtig auf den Sack, Trilgung. Die ganze Zeit, wer spielt denn so? Hier oben, erste Etage. Wer macht gar nichts mehr? Tschüssi. Guckt ihr den mal an. Also, die sind noch da, ja? Einer oben, ja. Ah ja, Angriff. Schiss. Oh, Trilgung. Ich dachte, er lebt noch. Oh. War kein Body-Schul. Hoppala. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Oh, hier sind Gegner, ne? Klingt was gehört? Wir haben auch gerade was gehört. Ah, um Gottes Willen, ja. Geile Typen hier. Ich gehe da mal. Einer noch. Mhm. War schon böse. Geil. Strong. Weg ist er. So einen Loli kaufen wir auch mal, aber man kriegt kein Geld. War schon geil, ne? Testest du aktuell eigentlich auch mal andere Waffen, sag ich mal? Äh, ja, ich snipe gerade eigentlich mit der Signal. Das hat gestern mit Yuki schon richtig gut geklappt. Ich hatte drei Kills, 3500 Schaden. Er hatte 20 Kills mit 6000 Schaden. Ja. Also funktioniert einwandfrei, die Kills dann auch zu kriegen. Funktioniert einwandfrei als Volllagegeber, genau. Ja. Ah ja. Okay. Das machen wir nicht. Ah ja. Warte, warte, warte. Entschuldigung. Hast du Ballladung? Ich war gemutet, weil ich dumm bin. Ah. Ah ja, geil. Hab ich nicht. Die werden von unten auch gepusht. Die werden auch von unten gepusht. Seh keinen. Also unter dem müsste einer sein. Ich bin nicht bei denen, ne? Ich bin ein bisschen... Mhm. Einer ist runter, einer ist runter. Ja, ist wieder das Sheep Break. Aber gehen wir halt, glaube ich, nicht hoch. Nee, nee. Die haben, glaube ich, da noch ne Dingsplot hier. Ich hab da noch ne Bohrladung hier. Och nee. Die liegen hier irgendwie rum. Einer ist runtergesprungen, glaube ich. Einer ist runter. Ja, noch. Ah ja. Und einer ist noch oben drin. Ich hab nur noch zwei Schuss. Wo ist der andere hier? Ah. Lol. Der ist schon runter. Sheep Break wieder oben. Du kannst pushen. Du kannst pushen, glaube ich. Ich aib' dich ab. Nur die Fenster. Die Fenster der rechten Treppe hab ich nicht. Er ist wieder oben. Er ist noch... Warte, warte. Tschüss. Alles gut. Einmal kurz die Camper gecleared. Wichtig. Was machen die denn da oben? Oh, Raketenerfassung. Raketenerfassung. Okay. Hä? Messerschlag auf mich. Mhm. Ich bin ja richtig eklig. Ganz oben drauf. Sniper. Ist der andere auch weggeflogen oder sind das zwei Teams? Ne, der andere hockt da oben noch. Ja. Knock. Nice. Schön, ich hab mit dem Sheep Break geschossen. Genau das meine ich. Ach. Ach egal. Ähm. Ah ja, der teammate ist hier unten. Wo hier unten? Ach, du glaubst nicht was passiert. Ah, das sind Bots, ne? Ja, ja. Hier unten sind Bots. Gut. Aber oben hab ich... Na, der ist doch hier drin. Ich stand hier links im Headglitch eben. Scheiße. Scheiße. Ah. Da war er doch. Schön, macht er gut. Macht er gut. Für die Aufhebe-Hurrikanener anscheinend. Äh, Meter natürlich. Ja, ja, ja. Genau. Schön. Einer cracked. Hey, hey, hey. Der schießt mich noch um. Oh, lol. Kommt. Die trauen sich ja, was du. Ja, bin Stunt. Schade. Ich bin einen noch. Fertig? Nein, nein, nein. Es ist kein Bot. Ne, ich bin kein Bot. Sorry. Oh, ne, hier unten noch. In der gleichen Ecke wie der andere eben. Nein. Ne, war keine Wipe. Das ist der gleiche wie eben vielleicht gewesen. Ah, ok, ja. Was? Was wollte ich denn? Ah. Ja, da war er wohl. Der Revolver anscheinend. Absolut. Absolut krank. Äh, was? Der eine hat Shield Hits. Ich muss hier, ich bin tot. Ja, fahren wir auf den drauf. Ich komme. Und der andere ist rechts von mir. Ich brauche deine Hilfe und Hilfe. Hab den einen. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Genau unter mir. Die haben mich gesehen. Ja, links, ne? Ah, mit Sniper wär das auch entspannter. Ja, die sind nicht schlecht, die sind nicht schlecht. Hab einen, hab einen. Ganz stark, schön. Hab den auch. Der andere ist wahrscheinlich wieder da, ja. Und tschüss. Wow, strong. Weg mit euch. Wuh. Da ist einer, da ist einer. Close, close, close bei dir. Ich smoke dich. Ja, ja, vor mir. Erste One Shot. Er fliegt weg. Ah, sehe ihn nicht, scheiße. Okay, war er runter oder? Okay, war er runter oder? Okay, das wurde gekauft. Ja, lass runter. Hab ich. Ja. Nice, 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 nice. Schön, schön, schön. Und wieder hoch. Ja. Ist einer am Turm? Oh, ich würde es nicht ausschließen. Ja, ja, da ist einer am Turm. Hm, nur ein Hit. Ah. Hab auf dem Turm mal Dings. Er ist One Shot? Ja, noch. Nice. Anderer fliegt. Wohin? Hier links. Ah, ja, ich sehe ihn. Ah, cracked. Ah. Dahinter, schade. Der andere läuft hier. Ja, der ist hier raus. Hab ihn noch. Same mate. Also sein Gegner daneben. Auch noch. Auch noch. Da. Nein! Shit. Hab den einen im Wasser noch? Ja, ich mach safe durch. Kannst du durchziehen? Okay. Hab irgendwas finished? Ich mach hier die Tür aus. Und? Die sind oben drauf. Die sind oben drauf. Komm unten. Komm unten. Oder bist du oben drauf? Ah, ist One. Scheiße. Ne, ich hab ihn zu spät gesehen. Der saß in der Ecke oben. Sind es ein oder zwei? Ich hab nur einen gesehen. Du hättest doch noch einen Shop schnell. Er ist alleine. Oder doch nicht. Boah, ganz stark, ganz stark. Ich weiß es nicht. Oh! Zwei bei mir oben drauf noch gewesen. Ich hab keine Platten. Oh! Ich hab mich selber überkassiert. Shit. Ah, er hat Pfennig. Schade. Nein. Ich seh ihn nicht. Ich sterbe. Ach, ist das dumm wirklich. Ich überleb einfach nicht. Nein. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ach. Oh mein Gott. So falsch gelaufen gerade. Übrigens, wir sind auch gerade im Stream auf Twitch. Hogwarts Legacy am Spielen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Endlich mal auch ein anderes Game on stream. Falls ihr nicht immer nur COD sehen wollt. Guckt da gerne vorbei. Es ist einfach nur Liebe. Ich hab gestern schon 12 Stunden Stream da gemacht. Und hab einfach nur Spaß. Und es ist ein sehr, sehr geiles Rollenspiel. Deswegen würd mich freuen, wenn ihr im Stream auch vorbeischaut. Und jetzt gerne weiter mit dem Video. Oh. Digga, die Arme soll jetzt so auf mich geguckt, Max. Richtig. Kannst einsteigen, wenn du magst. Ja. Ich mach nochmal kurz Drohne an. Ja. Ah, ja. Uh, hä. Digga, was ist denn hier eigentlich los? Boah. Wo willst du landen? Boah, ich bin so rausgebiemt. Naja, ich wollt grad sagen, ich bin... Wie lebe ich? Habe einen absolut geschossen. Aber ich konnte nicht verpieken. Ich hab den einen hier. Mein Lifemark ist absolut. Leck mich doch mal. Hinter mir? Er ist oben. Nein. Ganz oben war der. Ja, er ist hochgekommen. Irgendwie dachte ich, du bist bei mir. Und die können nicht mehr kommen. Hab den. Scheiße. So viele Leute da. Der ist viel zu viel gerade. Ah, um Gottes Willen. Nicht gesehen. Schade. Kann man euch noch safen irgendwie? Ich safe mich, aber... Ah ja, genau. Raketenwerfer. Ich kotze alles voll wieder. Einmal unabhängig von euch. Einmal unabhängig von euch. Einmal unabhängig von euch. Komplett One-Shot. Gönnt euch. Go, 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 go. Ja. Meins, meins, meins. Hier waren richtig viele Rechtsrissen. Hier rechts on die. Oh, na, oh. Ja, on me. Hier hinter. Gut. Hab den rechts. Hab den rechts. Mal noch mehr. Oh ja, ich seh die. Crossen. Vor mir. Ich seh ihn irgendwie nicht so ganz. Warst du Linksfinish den einen? Jetzt ja. Okay, drei haben wir. Einer ist da noch an der Mauer vor mir. Ja, ja. Ich hab den gleich. Vorladung. Nix. Ich bin ja da nicht geist, weil ich musste meinen Last LMG nachladen, was vier Minuten dauert. Weiß. Gut, Jungs, ist es weiter so. Das gibt's noch nicht. Der taucht komplett unten in die Filzrichtung. Irgendwo hier auf dem Wasser. Ups. Hab ich? Unten ein Wasser, einer, um den Wasser einer. Noch einer. Na so. Na so, Achtung. Wo am Wasser? Ja, den suche ich die ganze Zeit. Der schwimmt hier irgendwo vor mir rum. Nein, hier. Landefolgen. Weingekommen. Haben wir? Oh, nice. Geil, geil, geil. Ganz wichtig. Oh. Danke. Unter der Brücke wieder. Rausgegangen hier aus dem Wasser. Von. Blauer Wester. Und jetzt schnell. Vielleicht hast du deins gedroppt auch. Danke. Bloß nicht hier einfach droppen. Despaunt eh wieder. Oh, oh. Oh, oh. Der Fahrer. Weiß nicht. Stark, Jungs. Wichtig. Neben uns sind auch welche hier, ne? Da so. Ja, nicht mich abschießen. Hallo, nicht mich abschießen. Wird ja so safe haben. Oh, aua, 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 aua. Nein, man kann ja nichts zuhause auf mich machen, Phil. Ich hab den Berg nicht einmal gesehen. Unten ein Crank am Wasser, one shot down. Du schlecht, Alter. Fennec Buschcamp, Mann. Ja, squeeze dich ab. Vom Berg springen links wieder. Ja, der, der fliegt, ja, ja. Kann ich mich schon mal weg. Finish hier kriege. Ab knock bekommen nochmal. Das kürzt mein Last-MG nachher. Da steht einfach einer. Squeeze dich direkt rechts vor dir stand einfach einer im Berg drin. Das hab ich nicht gesehen. Oh Gott. Boah, die haben auch wieder Thermal, glaube ich. Ey, Mann. Hier wollte mich einer pushen gerade. Das gibt's nicht. Neben mir, neben mir, neben mir. Habe ich, habe ich, habe ich. Ich weiß nicht, ob oben noch einer ist. Bin da, bin da, bin da. Hier, Cross vom Shop. Ach, das sind Bots. Okay, auf geht's. Noch einer. Der ist zu euch gelaufen etwa. Ja, ja. Haben wir, haben wir. Einer ist ganz am Raum hier. Ja, der hat mich, glaube ich. Hab den oben? Cool. Ne, mach hier in der Ecke direkt. Rechts. Hinter dir, hinter dir. Sag doch Bescheid. Huh. Hab ihn. Oh Gott, es will wieder nichts gesehen hier. Wir müssen gleich los. On me, on me, on me. Links hier auf dem Haus, schon in Zone. Ja, ja. Der hat richtig. So, und kommt. Ah, also nicht. Hab den. Wegst halt, glaube ich, oder? Nein, noch. Ich hab gesmoked. Fuck. Der hab ich bekommen. Da ist eine Klassabine wieder. Wieso stirbt der nicht? So kriegt der mit zweier Reste und gewinnt den Dampf halt. Ich glaub hier im Haus über uns noch, ne? Eine einzelne. Der ist hier auf dem Haus oben drauf. Ich geh mal aufs andere Haus hoch. Ah, er guckt schon. Stark, jung. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, Jungs. Oh, ging. Danke fürs zu Ende schauen, Leute. Ich hab ja gesagt, Saki, wie gesagt, einfach nur mega, mega nice, die zu spielen. Checkt gerne das letzte Video hier aus. Schaut im Stream vorbei. Und natürlich gerne alles in der Beschreibung mal abchecken, wenn ihr da ein bisschen noch weiter euch informieren wollt. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.